Die Menschen leben tagtäglich mit Luftalarm, mit Sorgen, dass etwas passiert. Jeder kennt eigentlich jemanden, der eingezogen wurde, verletzt wurde oder vielleicht auch getötet wurde. Und das belastet sehr. Herzlich willkommen zu Cut Modus, dem Katastrophen-Podcast vom Deutschen Roten Kreuz. Das ist die erste Folge, die Auftaktfolge. Mein Name ist Marius, ich arbeite beim Kommunikationsteam vom Deutschen Roten Kreuz. Und wir wollen so ein bisschen die Hintergründe beleuchten zu den aktuell leider sehr zahlreichen Katastrophen, die es auf der Welt gibt. Und wir wollen einen starken Fokus auch auf die Ukraine legen in den kommenden Folgen, wo wir im Rhythmus vielleicht von ein, zwei Monaten so ein bisschen bestimmte Themenfelder beleuchten. Und das wollen wir nicht alleine machen, sondern das wollen wir mit Gästen und Gästinnen machen. Und ich freue mich sehr heute, dass Katharina Sarwina da ist, die auch beim Deutschen Roten Kreuz als Länderreferentin arbeitet und uns so ein bisschen Überblick über die aktuelle Lage, gerade aus humanitärer Perspektive, geben kann. Katharina, schön, dass du da bist. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Danke für die Einladung. Ich würde vielleicht direkt mal einsteigen und vielleicht nochmal rauszoomen, unabhängig von der Ukraine und dich fragen, ja, was hat dich so motiviert, allgemein im Bereich humanitäre Hilfe zu arbeiten? Also nochmal danke für die Einladung. Schön, dass ich heute da bin. Ja, was hat mich motiviert? Ich bin schon als Jugendliche, habe ich damals in einer Unterkunft für Geflüchtete, damals Geflüchtete aus Tschetschenien, mit Kindern Deutsch gelernt. Und bin da eigentlich schon sensibilisiert worden, also auf, wieso geht es Menschen schlecht, wieso flüchten sie, wie es so ist, in einem Konfliktgebiet zu leben. Und ja, es hat mir nicht gefallen, was ich gehört habe und wollte etwas ändern. Und jetzt bin ich seit über zehn Jahren im humanitären Bereich tätig und kann es mir auch nicht anders vorstellen. Ja, sehr schön. Und was verbindet dich speziell mit der Ukraine? Der Name verrät es ja vielleicht schon so ein bisschen. Ja, ich bin tatsächlich in Odessa geboren und aufgewachsen, also bis zum Kindergartenalter. Und ich hatte es ja gerade schon gesagt, du bist Länderreferentin beim DRK für die Ukraine, vielleicht für die Zuhörer und Zuhörerinnen, die sich darunter jetzt nicht so sehr was vorstellen können. Was genau macht eine Länderreferentin, gerade in Zeiten von einem bewaffneten Konflikt, der jetzt auch schon seit zwei Jahren anhält? Ja, also es sind sehr viele Aufgaben, aber vielleicht so zusammengefasst, wir haben ja eine Delegation mit ungefähr 17 Leuten in der Ukraine und die unterstütze ich eben aus Berlin bei der Umsetzung der Projekte. Also es geht viel um Projektmanagement. Aber ich bin natürlich auch im Kontakt mit den Gebern und es ist auch ein Teil meiner Aufgabe, so gut es geht sicherzustellen, dass die Erwartungen der Geber, also jetzt vor allem im Hinblick auf Compliance, auch erfüllt werden, also dass die Hilfe ankommt. Und mit Geber meinst du die Menschen, die spenden vor allem? Ja, also die Menschen, die spenden, aber auch institutionelle Geber, die uns fördern oder Stiftungen, genau. Aber natürlich im Fall der Ukraine sind es sehr viele Spenden auch. Was mich interessieren würde auf jeden Fall, und deswegen bin ich ja auch heute als erste Gästin eingeladen, ist so ein bisschen, wie ist die Lage vor Ort, gerade auch aus so einer humanitären Perspektive. Man hört ja in den Medien häufig von militärisch-operativen, strategischen Maßnahmen und wie sinnvoll die sind und nicht sinnvoll sein könnten vielleicht. Uns würde natürlich auch so interessieren, woran fehlt es den Menschen, wie ist die Lage vor Ort, wie geht es denen? Ja, also die Lage ist schlecht und sie wird leider auch, ja, verschlechtert sich. Es sind geschätzt dieses Jahr allein 18 Millionen Menschen, die auf humanitären Hilfe angewiesen sind. Ich muss jetzt aber auch sagen, es hängt davon ab, wo im Land, weil, ja, also je nach Landesteil sind die Bedarfe verschieden. Zum Beispiel im Osten in Städten nahe der Kontaktlinie wie Mikolaiv, Sumel, Harkiv, Chirson haben Menschen teilweise keinen Zugang zu Wasser. Also da fehlt es wirklich schon an den wichtigsten Sachen. Im Westen ist es aber auch angespannt, weil ja sehr viele Menschen jetzt nicht nur aus dem Land geflüchtet sind, sondern innerhalb des Landes und da fehlt es dann einfach auch an Kapazitäten, also an Wohnplätzen und so weiter. In unserem Kontext möchte ich aber auch natürlich das Gesundheitssystem erwähnen, das sehr belastet ist, weil auf der einen Seite wieder sind sehr viele Menschen geflohen aus dem medizinischen Bereich. Durch die Konflikthandlungen sind auch Gesundheitseinrichtungen zerstört worden und da auch Menschen gestorben. Es ist aber auch so, dass medizinisches Personal, Pflegepersonal sind auch alle wehrpflichtig. Das heißt, sehr viele Ärzte und Pflegepersonen sind in die nähere Kontaktlinie versetzt worden und es macht ja auch Sinn, dass Notfall-OPs oder Behandlungen eben ein Notfall sind. Aber das heißt auch, dass alle anderen, so wie zum Beispiel onkologische Patienten, Patientinnen, die müssen dann warten und man weiß halt nicht, wie lange. Und vielleicht noch ein Punkt, den ich erwähnen möchte zur Lage, ist, der Konflikt ist ja schon vor über zwei Jahren eskaliert. Und das heißt, die Menschen leben tagtäglich mit Luftalarm, mit Sorgen, dass etwas passiert. Jeder kennt eigentlich jemanden, der eingezogen wurde, verletzt wurde oder vielleicht auch gedötet wurde und das belastet sehr. Jetzt auch im Kontext der Debatte, auch zum Wiederaufbau, natürlich ist es wichtig, in Wirtschaft zu investieren, natürlich. Aber es gibt halt auch nicht wirklich Wirtschaft ohne gesunde Menschen. Ja, genau. Ja, auf jeden Fall sehr interessant, auch nochmal diese Perspektive zu bekommen, weil die halt eben aus unserer Sicht in den Medien häufig so ein bisschen nicht gerade im Fokus ist. Jetzt hast du ja gerade schon so ein bisschen darüber gesprochen, wie herausfordernd das ist, weil es eben so viele Bereiche gibt, in denen Menschen Hilfe brauchen oder benötigen auch. Wie schafft es das DRK oder ja gemeinsam auch mit der ukrainischen Nationalhilfsgesellschaft, dem ukrainischen Roten Kreuz, da für die Menschen da zu sein, die Menschen zu unterstützen, gerade in der Ukraine, aber auch für die Menschen, die sich auf der Flucht befinden? Genau, also wir unterstützen als deutsches Rotes Kreuz unsere Schwesterngesellschaft, auf das ukrainische Roten Kreuz, wie du ja schon gesagt hast. Und da ist der Fokus auf die Stärkung des Gesundheitssystems. Also zum Beispiel, wir unterstützen den ambulanten Pflegedienst des ukrainischen Roten Kreuzes. Also da geht es dann um Besuche für ältere Menschen, Menschen mit Behinderungen, die sehr oft im ländlichen Bereich einfach auch alleine sind. Und ja, da wird dann bei der Pflege unterstützt, aber auch im Haushalt, beim Kochen, beim Essen einkaufen und so weiter. Dann unterstützen wir auch die mobilen Gesundheitseinheiten des ukrainischen Roten Kreuzes. Das sind dann Ärzte und Pflegepersonen, die dann in abgelegene Regionen fahren und dort medizinische Hilfe leisten, aber auch Medikamente verteilen zum Beispiel, weil Medikamente sind mittlerweile so teuer und also sehr viele Menschen können es sich einfach nicht leisten. Wir unterstützen auch die psychosozialen Dienste des ukrainischen Roten Kreuzes. Da geht es vor allem um psychologische Erste Hilfe. Psychosoziale Notfallversorgung ist immer so eine Art Buzzword, aber ich verstehe selten, was damit also praktisch gemeint ist. Wie sieht sowas aus? Sind das Einzelsitzungen? Sind das Gruppensitzungen? Was wird mit den Menschen da quasi gemacht, um psychisch zu unterstützen? Ja, also in unserem Fall, beziehungsweise die Unterstützung, die das ukrainische Roten Kreuz leistet und wir wieder sie unterstützen, da geht es mehr wirklich um die Basisversorgung. Das heißt, es geht um psychologische Erste Hilfe. Das heißt, wenn zum Beispiel jetzt eine soziale Betreuungsperson wie im häuslichen Pflegedienst eine Klientin, eine Patientin, wie auch immer, sieht und die erzählt ihr dann von ihren Ängsten oder sie hat in der Nacht Konflikthandlungen gehört. Da geht es darum, dann psychologische Erste Hilfe zu leisten, den Menschen zu beruhigen, immer einen Anhaltspunkt zu geben und vielleicht auch eine kurzzeitige Perspektive und dann zu schauen, okay, kann ich ihn jetzt hier auffangen und wie kann ich vielleicht ihn dann an eine nachhaltige psychologische Hilfe dann vielleicht auch im nächsten Schritt weiterleiten. Und Aktivitäten für Kinder und Jugendliche, wo sie einfach mal ein bisschen diesen Alltag hinter sich lassen können und einfach auch wieder Kind sein. Und dann jetzt so ganz neu, und das ist eine Initiative, die wir jetzt pilotieren und die mir selbst auch sehr am Herzen liegt, weil es das einfach noch gar nicht so gibt. und zwar, das sind mobile Rehabilitationseinheiten. Das heißt, also so wie die mobilen Gesundheitseinheiten sind das in dem Fall Physiotherapeuten, die zu den Menschen fahren, die zum Beispiel eine Amputation hinter sich haben und mit ihnen dann auch Übungen machen, sie mobilisieren und so weiter, weil es gibt natürlich Kliniken, wo sie eine Prothese bekommen und so, Ja, aber hinzukommen ist auch schwierig dann für viele Menschen. Nee, also das ist schon so. Es gibt ja auch sehr gute Einrichtungen, so wie Unbroken zum Beispiel, was auch von internationalen Gebern finanziert ist. Aber wenn du eine Prothese bekommst und dann nach ein paar Wochen schon in Klassen bist, dann ist das leider nicht nachhaltig. Genau. Und dann noch gibt es sogenannte Notfalleinsatzteams vom ukrainischen Roten Kreuz. Die kommen dann zum Einsatz, wenn zum Beispiel bei Konflikthandlungen Menschen verletzt wurden. Sie unterstützen dann die staatlichen Notfallteams bei der Bergung, aber auch bei der ersten Hilfe und bei der psychologischen ersten Hilfe. Und diese Teams unterstützen wir auch. Wir sind natürlich auch jederzeit bereit, bei Soforthilfe oder halt im Fall von außerordentlichen zusätzlichen Katastrophen aktiv zu werden, wie letztes Jahr beim Kachowka-Staudamm. Ja, da sind wir dann auch in engem Austausch und Zusammenarbeit mit unseren Verbänden in Deutschland. Ja. Und genau, also so mal als Überblick. Ich bin an einem Begriff hängen geblieben, du hast ja gesagt, das ist nicht nachhaltig. Was kann man aus deiner Perspektive tun? Oder ja, wie können die Strukturen geschaffen werden für das ukrainische Rote Kreuz, eben jetzt mit den gewachsenen Herausforderungen nach zwei Jahren Konflikt besser umzugehen und Menschen nach wie vor zu unterstützen? Ja, also das ukrainische Rote Kreuz ist natürlich jetzt sehr gewachsen in den letzten zwei Jahren. Und sie haben sich sehr auf Soforthilfe am Anfang auch fokussiert. Aber jetzt eben, ja, Stichwort Nachhaltigkeit geht es darum, dass wir sie dabei unterstützen, deren Strukturen auch zu stärken, weil im Zuge des Wiederaufbaus auch benötigt das Land dann ein starkes Rotes Kreuz. Und hier, ja, kann ich auch diese Wiederaufbaukonferenz erwähnen, die im Juni in Berlin stattfindet, wo das ukrainische Rote Kreuz definitiv Teil der Diskussion sein muss. Ja, auf jeden Fall. Das ist ja so ein Thema auch in der ganzen Rotkreuz-Landschaft, Gesellschaft, dass die nationalen Hilfsgesellschaften natürlich auch da federführend auch mit beteiligt sein sollen, wenn es um sowas geht. Mich würde noch ein bisschen ein persönlicher Bezug zu dem Thema interessieren, weil du hast ja schon gesagt, du bist in Odessa geboren. Ja, und ich stelle mir das teilweise auch so ein bisschen schwierig vor, vielleicht diese Doppelrolle zu haben, auch bei so viel Not und Leid, dass man mitbekommt, ja, als gebürtige Ukrainerin auch. Wie ist gerade so dein Kontakt zu deiner Familie? Hast du noch Freunde da? Vielleicht kannst du da so ein bisschen berichten. Ja, also der Kontakt ist sehr gut, weil meine Familie tatsächlich gleich nach der Eskalation am 26. Februar auch geflüchtet ist. Also meine Oma, Tante, Kinder und so. Die Männer konnten das Land leider nicht verlassen nach wie vor. Ja, und die Frauen sind bei meiner Mutter, ihnen geht es gut. Aber es ist natürlich schwer, also vor allem für die Omas, wenn man dann alles, was man sein Leben lang aufgebaut hat, alles, was man kennt, und das ist auch eine sehr tolle Stadt mit sehr tollen Menschen, dann einfach hinter sich lassen muss. Ich glaube auch, in dem Alter ist dann so ein Neuanfang nicht wirklich möglich. Und man ist dann halt bei den Kindern, bei den Enkelkindern und muss sich von denen dann erzählen lassen, wie das Leben so läuft. Und das ist natürlich schwer. Und meine Oma ist aus dem Grund auch letztes Jahr zurückgekehrt nach Odessa. Und wie du vielleicht auch aus den deutschen Medien weißt, gibt es sehr viele Konflikthandlungen in Odessa. Und das war schwer, weil wenn man dann 80 ist, im sechsten Stock sitzt und dann wackelt das ganze Haus, dann wirst du auch nicht Schutz suchen. Und da war meine Mama immer mit ihr am Telefon. Und man hört dann auch Explosionen im Hintergrund, dann, ja. Aber sie ist mittlerweile wieder zurück. Okay. Es geht ihr gut, alles, ja, das war genug. Das ist ja beruhigend, auf jeden Fall das zu hören. Ja. Und ja, mich würde noch interessieren, als letzte Frage vielleicht dazu, wie du diese Doppelrolle, die ich ja auch schon mal angesprochen habe, wie du die ausfüllst, kann man da abschalten, wenn man abends von der Arbeit nach Hause kommt oder eher nicht. Ja, vielleicht kannst du da so ein bisschen deine Erfahrung auch teilen. Ja, also leicht ist es natürlich nicht. Also vor allem das Abschalten, weil man das dann, ich habe den ganzen Tag damit zu tun und zu Hause gibt es dann auch quasi nur ein Thema. Aber auf der anderen Seite, also man muss sich dann zwingen abzuschalten. So, aber auf der anderen Seite, ich empfinde meinen Job halt auch nicht als belastend, sondern eher entlastend, weil ich halt weiß, ich kann mitgestalten, wie geholfen wird, wo geholfen wird. Und ja, mir sind dann nicht die Hände gebunden, so blöd es vielleicht auch klingt. Aber auch, ich weiß halt auch, dass die Hilfe ankommt. Das macht für mich dann einen Unterschied und das gibt mir eigentlich mehr Entspannung. Das ist fast schon ein schönes Schlüsselwort eigentlich. Ich bedanke mich auf jeden Fall sehr, dass du hier warst. Ich fand es sehr interessant, mit dir zu sprechen, gerade so deine persönliche Perspektive zu hören, auch den ganzen humanitären Aspekt, der ja selten in den Medien, wie gesagt, vorkommt, den auch nochmal zusammenfassend so zu hören von dir und auch nochmal genau zu hören, was wir als DRK machen an verschiedenen Hilfsleistungen und in welchen verschiedenen Bereichen wir da tätig sind. An die Menschen, die das gerade hören vielleicht oder sehen auch sogar und sich fragen, wie können wir unterstützen. Man kann auf die Seite des DRK gehen, drk.de. Da kommt man relativ schnell an die Ukraine, weil das ein großer Fokus unserer Arbeit ist. Je nachdem, wo ihr das gerade seht, wir packen euch einen Link noch in die Shownotes oder auch in die Caption, falls ihr das in anderen sozialen Netzwerken schaut. Genau, und wir versuchen auch natürlich immer unsere Websites aktuell zu halten mit den aktuellen Zahlen und so weiter und so fort. Und ja, ich würde gerne die letzte Frage, bevor wir zum Schluss kommen, nochmal an dich richten und würde das auch gerne in Zukunft für alle Gäste und Gästinnen so belassen. Und zwar, mir geht es manchmal so, dass, wenn ich auf die Welt blicke, dann ist es so ein bisschen schwer, manchmal vielleicht optimistisch zu bleiben, weil es so viele Krisen und Katastrophen eben gibt. Und ich hatte gerade auch schon gesagt, dass der Konflikt jetzt schon seit über zwei Jahren geht. Das ist ja auch erwähnt. Wie schaffst du das trotzdem, irgendwie hoffnungsvoll darauf zu blicken? Du hast ja gerade auch schon gesagt, es entlastet dich eher. Wie schaffst du das da, noch weiter Hoffnung und Optimismus zu haben? Ich muss sagen, es ist wirklich die Zusammenarbeit und die Partnerschaft auf Augenhöhe mit dem ukrainischen Roten Kreuz und zu sehen, wie viele Menschen sich da engagieren und wie viele Menschen einfach unterstützen. Und das gibt sehr viel Energie. Cool. Vielen, vielen Dank nochmal an dich. Das war jetzt wirklich ein sehr passendes Schlusswort. Danke. Danke.